Ja hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Far Cry 4 Schmaler für Robo und wir machen auch mal wieder hier so ne Fashion Week, muss ich sagen So könnt ihr euch mal im Lösch hier sehen, ihr wollt Thornhorn am Abend gegen Falten Wir haben mehr Nashörner als wir brauchen können Reiche Geschäftsleute bieten Minusgouverneuren 200.000 Dollar, nur um eins davon zu jagen Boah, das wusste ich nicht Weg in der Fahrt Und ich hoffe du weißt zu schätzen, dass du bald die teuerste Antasche der Geschichte besitzen wirst Gute Nashornhaut hält dein ganzes Leben Da bin ich schon mal mit dem Tüger in der Fahrt Also geh jetzt da raus Und sei Krimi Juts Ah, jetzt hab ich wieder mein Teller weggemacht Ich Idiot So, ähm So, starten wir nach hinten Ah Das ist ja so ein Unfall Wir müssen also Ich würde gerne meine Pistole ablegen Wom geht das nicht? Na gut, dann nicht So, laden wir mal nach So, was sind wir denn hin? Hier haben wir schon da irgendwo Und woher fahrtet ihr? Und woher fahrtet ihr? Ach du Scheiße Alter Schwede, was ist das denn? Ja, ich will hier weg Ja, ein Asser, ein Asser Lass mich in Ruhe Gibt immer noch einer Gibt immer noch einer Alter Schwede, was ist das für ein Asser Alter Schwede, was ist das für ein Asser Alter Schwede, Alter Schwede Hat das Teil hier einen Chaos angerichtet? Das will ja keiner glauben Ich kann ihm das Plakat abreißen So 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 So, wir schauen mal auf die Karte Was können wir denn machen? Wir können hier noch das machen Ja, wir haben schon wieder einen Konvoi Wir haben hier auch noch einen Konvoi Machen wir was bei den einen Den einen haben wir schon ein bisschen vorgedamaged gehabt So, hier wird sind wir Verkaufen alles Natürlich was wir nicht brauchen Waffen, ja So, Munition Schiffwinter Okay Waffen Abwann eben einzigartiges Dann kommen wir auch Unser Elefantenbüchse Und die hauen wir aber hierfür rein Jawoll Habe ich jetzt zwar keine Pistole mehr Aber die brauche ich jetzt nicht mehr Hier war ja nur dafür gedacht Okay Ach das ist der Konvoi schon Toll Das war immer ein cooler Schuss Das war immer ein cooler Schuss Und der hat auch geklappt Hm, das war doch mal nice Das war doch mal richtig nice, hey Immer so geschossen, dass sie sich überschlagen haben Krass Das müssen wir erstmal hinkriegen Warte, wie viele Regeln hier sind Juts Äh, so, 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 so Da haben wir noch wieder ein Wir werden auch kein Plakat abreißen können Hier ein Adler, mehrere Adler sogar hier Schau nochmal, jetzt kommen wir da hinten Interessant Jut, was machen wir denn jetzt Wir haben die Da ein bisschen gemacht gehabt Ja, was haben wir hier Schnellreie, äh, ne ich will eigentlich Mal gucken Geiselrettung wieder Reiselrettung haben wir schon so oft Mit bewaffnete Eskorte Waffen wir eigentlich nicht Wieder das falsche Ding haben wir eigentlich auch schon gemacht Hier haben wir nochmal ein Äh, Auftrags Was ist das denn hier? Ja, Kontrolle, Kontrolle Tierpopulation Hm, das klingt aber mal interessant Da, man scheint noch Sachen, die wir noch nicht gemacht haben Wie hängt mein Tama sich die ganze Zeit auf? Das ist ein bisschen doof Ja, wir gehen jetzt mal hier drin jetzt Oh, das Ding haben wir jetzt verfliegt Cool Gucken wir mal, was waren denn das Ding da Hast du eine MG? Okay Wir gehen raus natürlich wieder Jetzt sind wir hier eigentlich Ich komm mich gar nicht dran an das Ding eingenommen zu haben Was haben wir hier? Jagdvorräte Okay, wir können das oder das Machen wir das mal Das hier würde ich sagen Machen wir das mal Da Das klingt doch auch interessanter Wüsste ich gar nicht, dass sie nicht Was sie gemacht hat Ja, machen wir das mal, ne Oh nein Der lacht da drüber Weiß kalt, lacht der da drüber Krass Ja, aber toll wie die Honigtaxer Ja, damit hatten wir auch schon zu tun genug Da wissen wir, dass die Flieger doch gefährlich sein können Äh, wird schon mal von hier runter Der Rieser So, wir sind gleich da Ich bin schon gespannt, was wir uns ausrüsten müssen Wahrscheinlich ein Bogen oder so Wahrscheinlich ein Bogen oder so Äh Ja, womit sind wir die denn vernichten? Äh, vernichten die Honigtaxer, ja toll Aber womit? Ist das jetzt völlig egal, oder was? Naja, da war es mir hier So, dass wir rutschen können Da hab ich doch eigentlich schon gesehen gehabt Komm her Boom Lass uns noch einmal Lass uns mal hier Ne, das hoff ich hier nicht Bumm Das können wir mal eben heute, ne? Die geben alle schön, schön Fälle Ich hab einfach jetzt mal die Toffcocktails rausgekommen Aber die haben die schön Aber egal Found and Unined Time Unined Naja, ich rück euch zum nächsten Gebiet vor Ich will das eben noch hier eben schnell die Also noch einmal So, komm her Naja, ich muss gar nicht hier drauf springen Ich finde die schon so Na, wie weiter geht's Tom im Bienennest Wann sehen wir uns? Wie sehe ich jetzt ne Zwei Ach, na, noch eine Anzeige da läuft das feuer wo seid ihr denn? der hat ein Vieh gekillt? dann scheint gut oh dann, oh was ist denn der letzte? wir sind jetzt so viele geküllte Fische das sieht doch schon mal auf jeden Fall cool aus und können wir hier nochmal eben äh killen wollten wir die mal eben so schöne Fälle die wir verkaufen können das sieht mal wieder richtig geil aus das muss man echt mal sagen mit dem verbrannten Gras und so da kommt ja schon noch was zu das sind sogar noch zwei gewesen so die Ladies jagt erfolgreich so dann noch einen komm her und es gab schon Skills was muss die da? ja tue ich ja klar ich kann ja auch nicht allen helfen immer ne so jetzt machen wir schnell Reise dahin gut äh wir verkaufen eben äh verkaufen eben ein und dann verkaufen wir auch wieder so äh genau Onyp Daxfil warum nen das? Onyp Daxfil ach das verkauft ja schon mit automatisch jetzt inzwischen ok gut äh so wir kaufen 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 was sind das für Dinge? na verstehe ich nicht ganz egal ich würde gerne die Handkarte und so weiter alles kaufen aber geht ja noch nicht so haben wir noch was tolles? ne ok dann gehen wir nochmal aus machen wir gleich die nächste Mission und wir sehen uns nächste Mission wieder haut rein tschau nicht wie der Rest